Hallöchen meine Freunde und damit herzlich Willkommen zu einem neuen alten LS-Projekt Ruf Mecklenburg, nehmt sich das ganze ehemals Wideforming oder Wilderforming, je nachdem Zusammen mit den McManus, den Guten, den Ansgar und den Werner Ja und den Freezy, hallo Exakt, ganz richtig Und den Freezy natürlich, Entschuldigung Hallo Ich weiß es nicht Du warst Freezy gegessen Erstmalig mit Schweren Uwe Oh gut, dann natürlich Ja genau, wir haben richtig tolle Maschinen hier Ja, die Idee mit den mittleren Maschinen Müssten wir aufgehen Liebe Zuschauer, wie findet ihr denn unseren Namen Hof Mecklenburg, ne, das ist jetzt der neue Name, der ist sehr ausgefallen Hof Mecklenburg, haben wir gedacht, wenn wir das Projekt jetzt Fangen wir auf der 18 an? Nein, müssen wir Ja, 18 Ja, fällt 18 Irgendwer sollte, wenn es möglich ist, kann irgendjemand den LKW, wir haben ja schon einen wunderbaren LKW Nee, 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 wenn wir mit 18 anfangen, müssen wir auf der 18 Dann fangen wir auf der 3 Finde ich gut Nee, halt, nee, halt, 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 halt Nee, doch, wir fangen mit 18 an Gut, Werner, du hastest dich vorhin Erst geht ein Mais Nee, nee, Mais ist auf der 4 Schauen wir uns nochmal an Ja, auf 3 ist doch Haps, das können wir doch auch ernten Das können wir auch ernten, ja klar Deswegen ist ja egal, ob jetzt 18 oder 3 Wir können uns doch auch aufteilen, wir sind ja eh viele Was, das hier ist schon das erste Feld? Das ist jetzt das erste Feld hier GPS kannst du hier vergessen Das ist groß Das ist echt groß Weil die Felder nicht quadratig sind Ja, also, warum kannst du dann GPS vergessen? Weil GPS so nicht funktioniert Ja, du machst hier halt eine gerade Ja, du ziehst eine gerade Waden und danach mischtest du den Rest aus Richtig So Das schildert gar nicht sehr, ne? Ja Ja Gott, brauchen wir den noch auf dem, auf dem Feld 18 Haben wir schon Gruber oder so? Nee, äh, prinzipiell ähm Ladewagen, wenn wir das Stroh irgendwie verwenden möchten Ach, Randy, sag doch was Okay, dann hole ich mal einen Ladewagen So, ich stelle mein, mein Schnellwerk hin Leute, vielleicht solltet ihr das Schneidwerk nicht dorthin stellen Wie zum Beispiel Randy, wo es dann stört bei der Wette Sondern hier drüben, wo Platz ist Einfach Den Wagen, meine ich jetzt Aber naja, nun ist eh Was der hell machen wir hier? Ja, du hast einen Überladewagen, ne, Werner? Das ist ein Haarfen Ich hab einen Überladewagen Oh, okay Haarfen Haarfen? Ich hab einen Überladewagen, ja, wie ich sie Ja, ja Guck mal, ganz schön Ja, sieht echt gut aus Oh, ich weiß auch nicht Oh ja, Moment, guck mal Jetzt ist genug Oh no Was, was unser Hof dann an Kosten verschlingt hier mit den ganzen Geräten Ja, die laufenden Kosten werden übel sein Man muss dazu sagen, wir haben bereits 200 Kühe Was? Das ist vom Start weg 200 Kühe Das heißt, die müssen auch versorgt werden Was? Das ist ja gut Ja, also wir haben echt was zu tun hier Also ein bisschen hier so rum, ne? Rumeier heftig Du kannst das vergessen Muss echt gearbeitet werden Ich bin hier Manos Abtanker Ja, was haben wir denn noch irgendwie zu sagen? Unsere Schafe haben wir nicht mehr, ne? Die wir auf der Gold Coast Valley hatten Nö Und zwar nicht Die haben wir nicht mehr drauf Aber wie gesagt 200 Kühe haben wir dafür 200? Die haben Bei 100, ja Die sind standardmäßig vom Spiel So, wenn du das Spiel neu beginnst Dann sind die einfach dabei Was? Eins, zwei, drei, vier Felder Das sind nicht die Größen Und drei ist wirklich groß Ja, aber es geht noch größer hier Obwohl, fünf dürfte fast genau Na, drei und vier, oder vier und fünf sind wahrscheinlich so groß wie drei Also hier wäre die Anzeige schön, wer wie viel hat zum Abtankern Ja, so Inspektor mäßig Ja, genau Was ist das denn hier? Ja, kein Thema, oder? Das ist schon, nein Das Clans, Clans gedöns Ne, das ist gar nicht schwer da drauf Das ist ein Beam-Anhänger, ne? Ja, genau Ich wollte ihn schon wegfahren mit dem Valtra, aber Gibt's Bienchen? Bienchen? Ich mag keine Bienen Nein Ich mag nur ein wenig Geld Wo ist denn der Rest überhaupt? Ähm, Ansgar, holst du schon den Ladewagen? Ja, ich musste mich erstmal orientieren Musste erstmal gucken, wo steht er eigentlich Weil hier so viel rumsteht auf dem Hof Ach so Ja, in den Hallen habe ich jetzt mal prinzipiell Bis auf den eh großen Trailer von MelkaW nicht freigestellt Steht alles draußen Ja, wir müssen bald mal hier alles mögliche verkaufen So viel brauchen wir ja gar nicht Habt ihr auch so schlechte Performance, wenn ihr Richtung Hä? Äh, linken Linke Karte so guckt Äh Äh Ich hab zuerst zurück habe ich super Performance Und die Richtung hab ich richtig schlechte Wo ich auf den Server eingeloggt hatte, hatte ich mal eben kurz ein paar Legs am Hof Aber die sind dann nachher weggeladen Ja, die hat er geladen Ja, dann lädt er dann die ganzen Ja, die ganzen Status Hätte die mega lange Synchrozeit Ich weiß nicht, die waren sicher 5 Minuten oder sowas Ja, das wäre jetzt übertrieben 2 Minuten War schon lange War extrem lange Ja Ready Jaaa Ja, so viel glaube ich noch nicht Aber im Moment Der Ausgang vom Hof Mensch War hier vorne Es gibt 2 Ausgänge Ja, alles was du auf dem Hof siehst, das wurde erst da rangekaut Wurden soll das wieder verkauft werden Das muss genutzt werden Ja Brauchen wir das wirklich alles? Das ist ja alles Ja Das sind 3 Du wirst jetzt erstmal in die Geräte eingeführt Die Geräte werden jetzt erstmal in dich eingeführt Weil das sind 3 Cooper, 3 Saatmaschinen Ne 6 Saatmaschinen 3 normale Dann 2 spezielle Oder 3 spezielle Wenn es von beiden Ach es gibt spezielle und normale? Naja die normalen und die speziellen halt für Mais und Sandblumen Das gedönt sind halt Also Legemaschinen und Drillen Was man dazu sagen kann Wir spielen mit dem Kuhn DLC Wir haben auch schon 2-3 Maschinen mit reingenommen Aber ja Das sehen wir dann im Laufe der Zeit Wenn wir sie benötigen Ja So Naja Auf jeden Fall Das sollte ich immer da lassen Und in die Kommentare schreiben Wie ihr den Wechsel auf Mecklenburg findet Es kamen ja ganz ganz viele Map Vorschläge Muss man ja auch dazu sagen Aber ähm Die Mecklenburg glaube ich bei jedem ne? Ja Ja Und ich glaube die ist auch ganz gut Ich glaube Lostberg war noch ziemlich oft Aber die spielen ja einige von uns so Die waren bei mir auf Platz 1 glaube ich sogar Ne auf Platz 2 auf 1 Und das Problem ist glaube ich bei uns dass wir da nur den Zorn hängen Was? 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 Das kann sein ja, weil da hat wirklich alles Kollision Und die Wege sind halt eng Also 900er Barrio ist auf der Map ein riesen Teil Stimmt Ähm Haben wir jetzt drei Drescher im Einsatz oder nur zwei? Also ich fahr? Wir haben vier Drescher insgesamt ne? Ne drei glaube ich Ne drei Was? Das ist ich Tino und Gute Ah ok Alle drei im Einsatz ja? Ja Wo ist das Gute denn? Ok Gute hast du schon angefangen Drescher? Ja Wo bist du denn? Das ist Feld Nummer drei Ich fahr immer erstmal ne So ne Kante einmal drüber Im Endeffekt fahr ich jetzt fast seitdem der Part Ähm Ausgegangen ist Ach da bin ich Das ist mal wieder so ein richtig schönes Feld Wo man fünf Minuten für ne Bahn braucht Das ist geil Das ist geil Da ist er ne Das macht den guten an Da ist er halt im Element Wenn ich schon echt berichten mir die privat nochmal so abends gönnen So drei vier Stunden einfach mal ein Feld drescher Wow Da weißt du auch was er getan hast Weißt du Alles klar Gute Und los geht das Da muss schon hart einer am Schwimmer haben ey So ohne Mist Das müssen wir eigentlich nochmal im Livestream machen So einmal in einer Nacht die komplette Karte Obwohl das schaffst du nicht Das ist ja schon wieder was anderes im Livestream Könnten wir auch mal machen irgendwie alle zusammen Livestream Aber ey guck mal hier auf der Straße Die haben hier originale Schildposter von Runter vom Gas Kennt ihr die? Weil Leben schön ist Runter vom Gas Und dann diese Bilder da drauf Die guck ich nicht an Dann muss ich sie nicht anhalten Oh da kommt die Schild zur Seite Gucken zur Seite Gucken Auf den Zugkneifen Hab ich nicht gesehen Ja richtig genau Das ist ein schönes Feld Frei gefällt mir Werner schaffst du das die zwei hier abzutanken Ja aber ganz leicht Gut dann hol ich schon mal Gruber Und probere das schon mal hier direkt wieder Wirst du vielleicht einen Anhänger zu Boden stellen? Ach genau Guten der ist ja auch noch da Ladewagen 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 ist unterwegs Ladewagen fällt hinter dir ja Ja Ich seh das Ende vom Feld nicht mehr wenn ich jetzt auf der anderen Seite bin Das ist echt ein harter Unterschied aber es wurde sich ja gewünscht Ja Also ich find's geil Auch sehr gut wirklich Also es macht schon Spaß mit den großen Motor-Maschinen Es ist halt wirklich der Unterschied jetzt zum Zu Goldcrest Valley wo man halt wirklich keine Ahnung 80, 85 Folgen mit dem Start Equipment rumgedümbelt sind ne? Ja Werden die nochmal abtanken bevor du durchstechen möchtest? Ja klar Müsste mich auch schritten bis Tino da ist um zu gucken wie die Routen hier zu sind Aber ich find die Map schön Rapp ist wirklich sehr sehr schön Aber aufpassen es gibt hier Blitzer Ja Ja was machen wir da jetzt? Warten Ja am besten du fährst erstmal zurück Weil du bist ja der kleinste im Raum Bist du leer Randy? Jetzt bin ich leer ja Okay Weiter zurück Der erst mal ne Wendung machen kann Gut Hast du das jetzt GPS? Ich fahr jetzt GPS ja Da muss ich das mal hier so halb nehmen und dann hast du auch ne ganze Bist du jetzt mitten durchs Feld zu fahren oder was? Warte 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 Ja Gut Wunderbar Ja ich hab halt eine gerade Kante immer durchgezogen Oh Ich glaub ja man muss auch noch dazu sagen bevor jetzt viele Leute sagen Ah die Maschinen sind zu groß und bla 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 Leute wartet erstmal ein paar Folgen ab Wir brauchen diese Arbeitsbreite hier Ja Also ganz ehrlich Wenn wir wie viel Sähmaschinen haben wir nochmal von einem Typ? Äh ich glaube von der normalen 3? 4? Irgendwie sowas Aha das wird geil Auf Welt 3 Ich sag euch alle 3-4 Wochen machen wir ne Ansehwohnen Ja Eben genau das ist ja das Problem und jetzt haben wir echt schon große Sähmaschinen hier Das ist geil Was wir hier runter ruppen wenn wir einmal jetzt unsere 4 Felder machen Aber was wir bedenken müssen wir sollten unsere 200 Schweine versuchen am Leben zu halten Kühe Kühe mein Schau Wir haben die Kühe ja eh nicht ne Äh Randy hast du das Gein aber du weißt Weißt du was ich meine Hast du das Equip verkauft für die Kühe? Nein Weil es war alles da Es war Futtermischwagen da Wasserfass Es ist alles standardmäßig frei hier Ja 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 Guck mal Brauchen wir ja auch Bis auf dem Äh Dings Ich hab noch den Flugflugflug Gaffe, Stroh, Heu und so weiter Nein Nein Keine Lager Keine Lager Entschuldigung Wir spielen noch auf dem Mittel oder? Wir spielen momentan noch auf dem Mittel War mir halt nicht sicher Kann auch gerne noch reingepasst Also kann ja später noch reingepasst sein Oh äh Ansgar Ja Äh du müsstest das Stroh direkt zu den Kühen bringen Ja hatte ich sowieso vor Irgendjemand müsste den Teleskopladder fahren weil die haben Sauberkeit Null Ja Äh wie voll sind die Drescher hier auf der 18? 32 40 Äh Boah Diesem enormen Strohauswurf kommt man überhaupt nicht nach Da hast du schon den größten Ladewagen Ach Ansgar Nicht schon wieder jammern das kann doch nicht sein Ja Das ist Ansgar Jedesmal ne Ah ne ist der zweitgrößte Ladewagen Können wir noch einen größeren machen? Können wir noch einen größeren machen? Es gibt noch einen größeren Aber Ich hab verladen Ja war halt schon bekannt Das Ladewagen ist einfach nicht so gut an Dann wechsle ich gleich mal Äh also wir haben Haben wir noch einen? Ne wir haben noch einen Achso Gut Ja dann hab ich mich nicht verkauft Uh Ich dachte das war ein größter Geld Aber es geht halt noch Ja das wird größer Dezent Ne aber das Stroh können wir ja nicht alles bei dem Schwein reinschütteln oder? Kühn Bei dem Kühn Ähm Ja du kannst auf alle Fälle alles in der Halle reinwerfen Ja Dann bei Gelegenheit rausholen oder? Äh bald ist nicht so geil sagt der ne? Balden habt ihr nicht so Bock drauf? Doch gerne Können wir machen alles genau machen Warum nicht? Äh ist halt bei den Feldern Da kommt ein paar Ich sag jetzt mal wenn man so 50 Balden auf Lager hat und den Rest dann verkauft ist es ja okay Ja Weil es gibt hier zum Beispiel rechts oben auf der Map Oder ich glaube rechts oben war das oder links oben? Weiß ich gar nicht mehr Gibt auf alle Fälle den Stroh ankaufen Ich glaube langfristig gesehen werden wir es nicht hinbekommen Äh dem Haar Stroh zu machen Ne 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 aber grad dass man ein bisschen was am Lager hat halt Ja und deswegen halt sag ich mal wie werden das sagen 50 Balden einlagern ist doch keine schlechte Idee Ja Also nicht übertreiben auf alle Fälle weil sonst geht die Performance wieder zugrunde Ah bei 50 Balden passiert nichts Eben Also wenn man es nicht übertreibt glaube ich ist es sogar Okay easy Wie schnell fährst du 10 ne? Ich fahr mal ganz gut zu den Kühen Mhm Wo sind denn die Kühen? Oh geil ne? Genau beim Hof Das ist cool ja ja Achso genau gegenüber Wie schnell fährst du denn? Ich fahr 11 Können wir uns auch am Hof treffen dann fahren wir gemeinsam bei Rügen Nein Ob wir uns mal durchbringt Das haben wir festgefahren Ob mal 10 oder 12 Also ihr könnt jetzt sagen was ihr wollt aber das macht auf alle Fälle mehr Fun Ja es ist einfach cool Muss man sagen So ein alter Lehrer von mir hat immer gesagt es heißt nicht Mecklenburg sondern Mecklenburg Deswegen mal die Frage an die Zuschauer wie heißt es eigentlich Heißt es Mecklenburg oder Mecklenburg? Ich würde immer Mecklenburg sagen Das hätte ich gar nicht mehr gehabt damals Was haben deine Lehrer denn gesagt? Wir sind immer hinten in den Vorbereitungsraum und haben kurz nen Hieb aus der Flasche gelöst Hahahaha Hast du gerade ein bisschen freigefahren? Das ist doch Draken Hahahaha Nein das ist ja auch weiter am Hieb Ich Das war's Achso Wie Eigentlich müsstest du die große Wende fahren Hast du gemacht? Das wird auf der Unternehmensspur Ja das ist eigentlich falsch Warum? Weil wir da eigentlich kollidieren könnten Das ist ja echt cool Das geht Ihr müsst euch eigentlich eine frei Ihr müsst euch das Feld hier mal reinziehen ey das ist ja Hammer ey Wahnsinn ne? Wir fahren schon wieder ein paar Minuten zurück Ja Das erinnert mich Wir sind gleich zu Ende mit der ersten Folge Ja Kennt einer von euch die Bens Ja Und dann das erste Feld bei den Droschen Ein bisschen mehr Wie hieß die? Bens Mecklenburg Baukomman auch Naja Äh Die war halt so 125 Hektar glaub ich das größte Feld Achsam Also ungefähr 150% von der Gold Quest Rallye Gesamtfläche ein Feld Und wenn du halt mit dem Drescher gefahren bist Hast du so ungefähr zweieinhalb Parts gebraucht bei 20 Minuten Parts Um einmal rumzufahren beim vorgewendet Das war geil Altes Tor das dauert ein bisschen Die Tore sind in der Art Fall So Ansgar kommen sie kommen sie kommen sie Bisschen wie auf dem Flughafen dieser Pilotfahrzeuge Aber gut Freunde wir sind erstmal durch Das Däumchen da lassen nicht vergessen Bei den anderen vorbeischauen alles verlinkt Und bis Moin Tschüss